Ja, wir haben heuer 60 Jahre Firmenjubiläum, also seit 60 Jahren bewirtschaften wir hier die Baumschule in Menzelhof. Entsprechend haben wir auch eine kleine Ausstellung mit alten Baumschulgeräten da, eine kleine Fotoausstellung, wie das früher hier ausgeschaut hat. Wir haben dieses Jahr natürlich auch noch ein bisschen mehr Aussteller wie sonst da. Ja, ist dieses Jahr einfach alles noch mal ein bisschen mehr und ein bisschen größer. Wir sind halt die einzige Baumschule im Umkreis von 80, 90 Kilometern, die wirklich auch noch selbst produziert. Entsprechend kommen auch die Besucher von uns nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Regensburg, Nürnberg, Hof, Nachbar des Tschechens. Wir haben ein großes Einzugsgebiet mittlerweile. Wir haben hier auf 30 Hektar Pflanzenmier an, davon drei Hektar hier Verkaufsbereich. Da kann man schon auch ein bisschen Zeit verbringen zum Umlauf. Wir haben einen schönen Schaugarten, wo man sich inspirieren lassen kann. Und heute eben speziell noch mal circa 40 Aussteller aus dem Kunsthandwerk, Gartenbereich. Es gibt sicher auch ein paar, die schöne Muttertagsgeschenke da haben, für den Muttertag morgen. Wir verändern unseren Verkaufsbereich und erweitern ihn konstant. Neu haben wir jetzt Schilder, ähnlich in einem Freizeitpark, wo man ein bisschen eine Übersicht hat, wo was ist. Nächstes, übernächstes Jahr werden wir wahrscheinlich den Auhandbereich erweitern. Aktuell machen wir noch eine neue Homepage. Das heißt, man kann zukünftig die Sachen auch online bei uns bestellen und hier abholen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.